Diese zu erwerbende 4-Zimmer-Doppelhaushälfte liegt in Ahrenfelde. Das im Jahr 2006 erbaute Gebäude wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 330 Quadratmetern bietet das Haus eine Wohnfläche von ca. 95 Quadratmetern. Das Gebäude steht für 269.000 Euro zum Verkauf. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. 8.129 Euro zum Verissenten.